Kapitel 5 Die beiden Zeugen Eigentlich weiß niemand, wer genau die beiden Zeugen sind. Würden sie nicht in der Offenbarung erwähnt, würde sie niemand vermissen. In unserer neutestamentlichen Verkündigung, die zu großen Teilen vom Apostel Paulus geprägt wird, kommen die beiden Zeugen nicht vor. Vermeintlich erwähnt Paulus sie gar nicht. Dass das aber nicht der Fall ist, sondern dass Paulus sehr wohl von ihnen schreibt, wir diese Zusammenhänge aber bisher nicht erkennen konnten, weil uns die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems fehlte, ist Inhalt dieses Kapitels. Offenbarung 11 spricht nicht nur von den beiden Zeugen, sondern auch von deren Entrückung. Kann es sein, dass damit die Entrückung gemeint ist, von der Paulus spricht? Manche Christen sind der Auffassung, dass die Entrückung bereits in Kapitel 4 Vers 1 sei, wo zu Johannes gesagt wird, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Man ist dabei der Auffassung, dass alles, was nach diesem Vers in der Offenbarung beschrieben wird, zeitlich nach der Entrückung geschehe und die Gemeinde die Ereignisse, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden, nicht mehr durchleben müsse. Der Grund für diese Art der Deutung ist, dass man die Entrückung zeitlich vor die Trübsalzzeit in der letzten Jahrwoche ansiedelt. Dem ist aber nicht so. Die Entrückung ist die Vervollständigung der Leibesgemeinde Jesu. Ein solch großes Ereignis wird nicht in einem Halbsatz abgehandelt, sondern erfährt aufgrund seiner hohen Bedeutsamkeit eine weitaus ausführlichere Behandlung im Buch der Offenbarung. Lesen wir zunächst den Text. Offenbarung 11, Vers 1 Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Johannes soll den Tempel und den Altar messen. Wir werden gleich sehen, dass Tempel und Altar für die Stadt Jerusalem stehen. Johannes soll auch die messen, die dort anbeten. Die Schrift sagt nicht, dass sie nur so tun, als ob sie anbeten, sondern ihre Anbetung ist offensichtlich echt. Wenn sie aber tatsächlich anbeten, dann kann das nur in neutestamentlicher Weise sein. Diese neutestamentliche Anbetung kann nur im Geist und in Wahrheit sein und das würde wiederum bedeuten, dass die, die dort anbeten, wiedergeboren sind. Die beiden Zeugen sind Christen. Offenbarung 11, Vers 2 Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Der äußere Vorhof des Tempels ist Israel. Wir können sagen, dass das ganze Land aufgebaut ist wie die Stiftshütte, mit einem äußeren Vorhof, einem inneren Vorhof und dem Tempel. Der äußere Vorhof ist Israel. Der innere Vorhof ist Judah. Und der Tempel ist Jerusalem. Der Altar im Tempel ist Golgatha. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, dass Jerusalem politisch isoliert wird, belagert wird und dann zur Wiedergeburt findet. Der Vorhof ist deswegen den Heiden gegeben, weil der Belagerer, eine ausländische Armee, – wir werden später noch sehen, wer genau das ist – ganz Israel und Judah angegriffen, besiegt und besetzt hat. Dieser Vorhof ist also den Heiden gegeben. Und am Ende, wenn die beiden Zeugen getötet werden, werden diese Heiden auch die heilige Stadt zertreten. Sie werden also Jerusalem erobern und die Stadt 42 Monate lang verwüsten. Offenbarung 11, Vers 3 und 4 Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Der Dienst der beiden Zeugen dauert dreieinhalb Jahre. Weil sie Christen sind, werden sie das Evangelium Jesu Christi verkündigen, allerdings in großer Kraft und Vollmacht, wie wir gleich sehen werden. Hier in Vers 4 gibt es eine erste Verbindung zu Zacharja 4, wo Leuchter und Ölbäume zum ersten Mal in der Bibel erwähnt werden. Dazu später mehr. Offenbarung 11, Vers 5 bis 7 Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Niemand kann die beiden Zeugen schädigen, denn sie können ihre Feinde mit Feuer töten. Außerdem können sie große Zeichen und Wunder tun, wie den Regen zurückhalten und Wasser im Blut verwandeln. Die Verkündigung des Evangeliums wird von den beiden Zeugen in großer Kraft und Macht geschehen. Aber nach 1260 Tagen, also nach dreieinhalb Jahren, wird das Tier aus dem Abgrund, wir werden später noch sehen, wer das ist, sie dennoch töten. Offenbarung 11, Vers 9 und 10 Die beiden Zeugen werden dreieinhalb Tage lang nicht beerdigt. Die Welt wird sich über ihren Tod freuen. Die zwei Propheten oder zwei Zeugen haben nicht eine unschuldige Welt mit grausamen Handlungen oder Aussagen gequält. Die Qual der gottlosen Welt wird darin bestehen, dass die beiden Zeugen das Evangelium in Kraft und Klarheit verkündigen werden. Offenbarung 11, Vers 11 und 12 Nach dreieinhalb Jahren werden die beiden Zeugen wieder lebendig und sie werden entrückt. Das ist die gleiche Entrückung, die Paulus meint. Allerdings müssen wir uns hier auf die Sprache der Offenbarung einstellen. Die beiden Zeugen sind Christen, sie sterben den Märtyrer tot, werden auferweckt und entrückt. Nichts anderes sagt Paulus von der Entrückung, wenn auch in anderen Worten. Ungewöhnlich für uns ist, dass die Entrückung in Jerusalem stattfindet, denn die meisten Christen gehen ja bislang davon aus, dass die Entrückung weltweit geschieht. Nun muss das eine dem anderen nicht widersprechen. Es scheint so zu sein, dass die Verheißung vorrangig für Jerusalem gilt, aber diejenigen Christen, die zu der Zeit noch in anderen Ländern der Erde leben, werden ebenfalls mit entrückt. Hierüber schweigt Offenbarung 11 allerdings. Sie beschränkt ihre Aussage allein auf die Stadt Jerusalem. Zumindest aber geht es hier tatsächlich um eine Entrückung, und zwar um eine solche, die öffentlich ist, denn es sehen sie ihre Feinde. Das ist tatsächlich ein großes Geheimnis und der Vervollständigung der Leibesgemeinde Jesu Christi angemessen. Offenbarung 11, Vers 13 Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Menschen. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Die Schrift sagt hier, dass bei der Entrückung der beiden Zeugen eine große Furcht auf die fällt, die sie sehen. Offenbarung 11, Vers 11 Die beiden Zeugen steigen auf in den Himmel in einer Wolke und ihre Feinde sehen sie. Offenbarung 11, Vers 12 Danach geschieht ein großes Erdbeben und die Überlebenden erschrecken und geben Ehre dem Gott des Himmels. Offensichtlich bekehren sie sich nicht mehr zu Jesus Christus. Das geht auch nicht mehr, weil ja soeben der letzte Überrest der Gemeinde Jesu in Form der beiden Zeugen entrückt wurde. Deshalb können sie sich nur noch zu dem Gott des Himmels bekehren. Sie erhalten bei ihrer Bekehrung den Glauben, der im tausendjährigen Reich wieder da sein wird und dem gleicht, der im Alten Testament möglich war. Es ist der alttestamentliche Glaube, der nicht mit einer Wiedergeburt, wie wir sie im Neuen Testament kennen, einhergeht. Das ist für uns neutestamentlich geprägte Christen nur schwer zu verstehen, weil wir gelernt haben, ausschließlich in neutestamentlichen Kategorien zu denken. Hier geht es aber um den Übergang von der Gnadenzeit hin zum tausendjährigen Reich Jesu Christi, in dem es keine Wiedergeburt im neutestamentlichen Sinn mehr geben wird. Die Wiedergeburt ist ein Geschenk, das nur im gegenwärtigen Heilszeitalter der Gemeinde Jesu möglich ist. Das müssen wir hier bedenken und berücksichtigen. Die beiden Zeugen in der Offenbarung des Johannes gehören zu den ganz großen Geheimnissen in der Schrift. Bis heute weiß niemand, wer die beiden Zeugen sind. Zumindest kenne ich niemanden und habe trotz weitläufiger Recherche auch nirgendwo davon gelesen. Alles, was man über sie in Verkündigung und Literatur finden kann, sind Vermutungen. Folgende Interpretationen der beiden Zeugen werden vertreten. Erstens, Mose und Elia. Zweitens, Gesetz und Evangelium. Drittens, Henoch und Elia. Viertens, Gesetz und Gnade. Fünftens, die Kirche und Israel. Und so weiter. Vielleicht gibt es weitere Interpretationen dazu, aber sie helfen uns nicht wirklich weiter, weil sie mit dem Text der Bibel nicht zu belegen sind. Es sind tatsächlich nur Vermutungen. Vielleicht aber kann uns die Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems auch hier weiterhelfen? Stellen wir zunächst einige Fragen. Wer sind die zwei Zeugen? Wann treten sie auf und wie sieht ihr Dienst aus? Können wir mehr über sie erfahren, als Offenbarung 11 uns preisgibt? Erwähnt die Bibel sie noch an anderer Stelle? Bislang sind wir dem Grundsatz gefolgt, dass die Schrift sich mit der Schrift auslegt. Das wollen wir auch hier beibehalten. Im Laufe unserer Nachforschungen werden wir sehen, dass die beiden Zeugen nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament erwähnt werden. Allerdings in Bildern, die wir bislang nicht mit den beiden Zeugen in Verbindung gebracht hätten. Wir haben oben schon gesehen, dass auch die Wiedergeburt kein rein neutestamentliches Thema ist, sondern vielfach im Alten Testament schon angesprochen wurde. Vielleicht verhält sich das mit den beiden Zeugen auch so? Kapitel 5.2.1 Grundsätzliche Gedanken Viele Begebenheiten, von denen die Offenbarung berichtet, werden bildhaft ausgedrückt. Diese Bilder erinnern oftmals an Begebenheiten aus dem Alten Testament. Je besser wir uns also in der Bildsprache des Alten Testaments auskennen, desto besser werden wir die Offenbarung des Johannes verstehen. Zunächst ist festzustellen, dass die zwei Zeugen im Zusammenhang mit den zwölf Stämmen Israels eine Struktur ergeben, die wir die 12 plus 2 Struktur nennen wollen. Wir haben zwölf Stämme Israels und wir haben zwei Zeugen am Ende der Zeit. Es ist wichtig, das zu beachten und wir werden auch gleich sehen, warum. Diese 12 plus 2 Struktur finden wir häufiger in der Bibel als zunächst vermutet. Und zwar sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament. Machen wir uns also auf die Suche. Kapitel 5.2.2 Zwölf Brote und zwei Fische Stellen wir folgende Frage. Wie viele Brote und wie viele Fische verteilte Jesus bei der Speisung der 5000? Er verteilte fünf Brote und zwei Fische. Wie viele Brote und wie viele Fische verteilte Jesus bei der Speisung der 4000? Er verteilte sieben Brote und ein wenig Fisch. Wie wenig Fisch denn? Weniger noch als zwei? Es wird in der Bibel nicht erwähnt, aber wenn wir das zusammenzählen, erhalten wir insgesamt zwölf Brote und zwei Fische. Wir haben also zwölf Brote und zwei Fische und wir haben zwölf Stämme Israels und am Ende der Zeit zwei Zeugen. Ob das Zufall ist? Kapitel 5.2.3 Das Ephod Schauen wir uns noch ein Bild aus dem Alten Testament an. Israel hatte im Alten Testament einen Tempel und eine Priesterschaft. Die einfachen Priester trugen Kleider aus einfacher weißer Baumwolle. Nur der hohe Priester hatte ein sehr prächtiges Kleid mit Schmuck und Edelsteinen bestückt. Er ist ein Bild auf Christus. Schauen wir uns die Kleidung des hohen Priesters genauer an, dann fällt insbesondere das Brustschild mit seinen zwölf Edelsteinen auf, das der hohe Priester an seiner Brust trug. Jeder der zwölf Edelsteine stand für einen der zwölf Stämme Israels. Aber es gab noch etwas, das inwendig im Brustschild verborgen war und das waren Urim und Tumim. Die Bedeutung dieser beiden Worte ist nicht ganz klar, aber man vermutet, dass es Licht und Recht bedeutet. So hat zumindest Luther übersetzt. Die Bedeutung der beiden Worte ist aber nicht gesichert, weil sie schlichtweg verloren gegangen ist. In Academic Dictionaries and Encyclopedias findet sich folgende Erklärung. Urim und Tumim sind vermutlich Los- und Orakelsteine des hohen Priesters der Israeliten nach Exodus 28, Vers 30. Im Hebräischen bedeuten die Worte die lichtenden und die schlichtenden Buber Rosenzweig oder Licht und Recht Luther. Wahrscheinlich waren es zwei unterschiedlich gefärbte Steine, die im Effort befestigt waren, durch die der hohe Priester den Willen Gottes erfahren konnte. Numerie 27, Vers 21. Wie genau der Losentscheid durchgeführt wurde, ist nicht überliefert. Doch gab es offenbar stets nur eine Ja-Nein-Entscheidung. Nach dem Exil scheint der Brauch jedenfalls nicht mehr ausgeübt worden zu sein. Vergleiche Nehemiah 7, Vers 65. Im Talmud finden sich bereits mehrere ziemlich verschiedene Spekulationen über die Natur der Urim und Tumim. Daher ist davon auszugehen, dass das Ritual zur Zeit der Abfassung des Talmuds bereits nicht mehr bekannt war. Vermutlich, wahrscheinlich, nicht mehr bekannt, Spekulationen, das sind die merkwürdigen Attribute bei der Beschreibung von Urim und Tumim, die verdeutlichen, wie unbekannt und geheimnisvoll die beiden Urim und Tumim waren und bis heute sind. Viel mehr Informationen, als dass Mose die beiden Urim und Tumim in den Brustschild des Hohen Priesters tun sollte, haben wir aus der Bibel nicht. Was wir wissen ist, dass mit Urim und Tumim das losgeworfen wurde und so Gottes Wille befragt werden konnte. Dies geschah ungefähr bis zur Zeit Davids. Weiter aus Wikipedia. In der hebräischen Bibel kommen die Urim und Tumim an folgenden Stellen vor. Dann werden verschiedene Bibelstellen aufgezählt, 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose, Esra, Nehemiah usw. Außerdem werden die Urim ohne die Tumim in 4. Mose 27, 1. Samuel 14 und 1. Samuel 28 erwähnt. Dies sind die einzigen wirklichen Quellentexte, schreibt Wikipedia. Aus ihnen geht hervor, dass die Urim und Tumim zur Entscheidung von Problemen und zur Beantwortung von Fragen an Gott dienen sollten. Nach verbreiteter Ansicht waren es zwei unterschiedlich gefärbte Steine, die in der Lostasche am Effort befestigt waren, durch die der hohe Priester den Willen Gottes erfahren konnte. Numerie 27, Vers 21 Wie genau der Losentscheid durchgeführt wurde, ist nicht überliefert. Doch gab es offenbar stets nur eine Ja-Nein-Entscheidung. Nach dem babylonischen Exil scheint der Brauch möglicherweise nicht mehr ausgeübt worden zu sein. Vergleiche Nehemiah 7, Vers 65 Nach anderer Auffassung handelte es sich um die zwölf Edelsteine, die sich auf dem Brustschild des Ephorts befanden. Doch lässt sich das aus dem Wortlaut der betreffenden Bibelstellen nicht eindeutig entnehmen. Was genau wissen wir von Urim und Tumim? Sie dienten zur Entscheidung von Problemen und zur Beantwortung von Fragen an Gott. Was wird vermutet? Es wird vermutet, dass es zwei unterschiedlich gefärbte Steine gewesen sind. Aber zu dieser Sichtweise gibt es in der Bibel keinerlei Anlass. Im Talmud gibt es sehr viele, sehr unterschiedliche Spekulationen über die Natur der Urim und Tumim. Was wir nicht wissen? Aus welchem Material bestanden Urim und Tumim? Wie genau wurde der Losentscheid durchgeführt? Wie wurde das Los befragt? Was genau ist die Bedeutung der hebräischen Worte Urim und Tumim? Woher hatte Mose diese beiden Dinge? Und wie antwortete das Los? Urim und Tumim waren im Brustschild des Hohen Priesters verborgen und von außen nicht sichtbar. Es handelt sich hier ganz offensichtlich um sehr geheimnisvolle Bibelstellen über zwei noch geheimnisvollere Gegenstände. Halten wir zunächst fest, der hohe Priester im Alten Testament trug außen auf dem Brustschild zwölf Edelsteine. Inwendig im Brustschild verborgen waren die zwei Licht und Recht oder Urim und Tumim. Und so finden wir auch hier die 12 plus 2 Struktur. Kapitel 5.2.4 Die Söhne Jakobs Wie viele Söhne hatte Jakob? Zwölf. Von diesen zwölf Söhnen stammten später die zwölf Stämme Israels ab. Aber er hatte auch noch zwei weitere Söhne. Diese beiden waren Josef in Ägypten geboren worden, Ephraim und Manasse. Jakob erkannte diese beiden ebenfalls. als seine Söhne an. Diese beiden wurden in Ägypten geboren. Und auch die beiden Zeugen haben eine enge Beziehung zu Ägypten, denn die Stadt, in der sie sterben und unbegraben auf der Gasse liegen, heißt auch geistlich Sodom und Ägypten. Damit hatte Jakob also zwölf plus zwei Söhne, wodurch wiederum die Struktur der zwölf plus zwei auftritt. Alle, die hier aufgelisteten Bibelstellen sollen in Zusammenhang mit den zwei Zeugen gesehen werden. Bevor wir uns mit der Deutung befassen, schauen wir uns noch die Struktur von Offenbarung 8 an. In Offenbarung 8 finden wir auch die zwölf plus zwei Ordnung. Der Text beinhaltet zwölfmal die Formulierung der dritte Teil und dann noch zweimal der dritte Teil. In Offenbarung 8 steht, Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste blies seine Posaune und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Dann Offenbarung 9. Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausend mal tausend. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Leider können wir jetzt noch nicht auf den Gesamtzusammenhang der sieben Posaunengerichte eingehen, was eigentlich erforderlich wäre. Dies erfordert aber eine gesonderte Behandlung, denn das Ergebnis unserer hier behandelten Auslegung zum Thema der beiden Zeugen hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Auslegung der Posaunengerichte. Dazu also an anderer Stelle mehr. Stellen wir zunächst einmal fest, dass in Kapitel 8 zwölfmal der dritte Teil erwähnt wird und in Kapitel 9 zweimal und zwar getrennt durch die beiden Weherufe, sodass hier erneut die 12 plus 2 Struktur sichtbar wird. Kapitel 5.2.6 Die Deutung der 12 plus 2 auf die beiden Zeugen Oben haben wir festgestellt, dass die Bibel im Alten Testament zwölf Stämme Israels und im Neuen Testament die zwei Zeugen erwähnt. Deuten wir jetzt also die Bibelstellen, die wir oben aufgelistet haben, auf diese beiden Zeugen. Die zwei Zeugen, so haben wir oben gesehen, sind wiedergeborene Christen. Sie haben den Geist Gottes und sind somit geistlich lebendig. Die zwölf Stämme Israels aus dem Alten Bund hingegen waren nicht lebendig. Ihnen fehlte noch der Geist Gottes. Sie waren noch nicht wiedergeboren. Sie glaubten zwar an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, aber sie hatten nicht den Kindschaftsgeist des Neuen Testaments. Damit unterscheiden sich die beiden geistlich lebendigen Zeugen von den geistlich toten zwölf Stämmen Israels genauso wie die zwei lebendigen Fische von den zwölf toten Broten, weil sie den Geist des Lebens empfangen haben. Die zwölf Edelsteine waren edle Steine und so waren die Stämme Israels auch edle Stämme, weil von Gott erwählt. Aber sie gehörten nicht der geistlich belebten Welt an. Sie waren Edelsteine, aber nicht lebendig. Urim und Tumim hingegen waren sehr wohl lebendig. Sie konnten reden und sie konnten den Willen Gottes weitergeben. Sie sind ein Bild auf die beiden Zeugen, die als Wiedergeborene Gottes Geist haben. Beide, die zwölf Edelsteine und Urim und Tumim trug der hohe Priester auf seiner Brust. So gehören die zwölf Stämme zu Israel wie auch die beiden Zeugen. Die beiden Zeugen sind Juden und sie sind wiedergeboren und sie kommen in der Endzeit. So geheim wie Urim und Tumim inwendig im Brustschild des hohen Priesters verborgen und von außen nicht sichtbar waren, sind auch die beiden Zeugen. So geheim wie auch die Bezeichnung Urim und Tumim, deren Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen ist. So wie Urim und Tumim in der Lage waren, Gottes Willen zu verkünden, so sind die beiden Zeugen durch Gottes Geist in der Lage, Gottes Willen zu erkennen und weiterzugeben. So wenig wie wir wissen, woher die beiden Zeugen stammen und wie sie dereinst kommen, so wenig ist bekannt, woher Mose Urim und Tumim hatte. Die Bibel sagt lediglich, dass er Urim und Tumim in das Brustschild hineintun sollte. Es ist nicht einmal bekannt, ob Urim und Tumim tatsächlich Steine waren. Natürlich ist das naheliegend, aber es ist, wie gesagt, in der Bibel nicht beschrieben. Das, was in der jüdischen und in der christlichen Literatur über das Material von Urim und Tumim gesagt wird, sind reine Vermutungen. Wir stellen also fest, dass Urim und Tumim genauso unbekannt sind wie die beiden Zeugen. Dennoch haben beide sehr viele Übereinstimmungen. Erstens, sie sind verborgen und unbekannt. Zweitens, es ist nicht bekannt, woher sie stammen. Drittens, Beide sind lebendig. Viertens, beide kennen Gottes Willen. Fünftens, beide stehen in Verbindung zur Struktur der 12 plus 2. Sechstens, beide stehen in engster Verbindung zum Hohen Priester im Alten Testament bzw. zu Jesus Christus im Neuen Testament. So wenig wie der geistliche Mensch von einem nichtgläubigen Menschen eingeordnet werden kann, Paulus, so wenig ist uns überliefert, wer oder was die beiden Urim und Tumim sind. Wenn wir Urim und Tumim den beiden Zeugen gegenüberstellen, ergeben sich also erstaunliche Entsprechungen. Die beiden Zeugen sind oder waren vor unseren Augen verborgen, wie auch Urim und Tumim im Brustschild des Hohen Priesters verborgen waren. Aber nach und nach werden unsere geistlichen Augen sehend und wir sehen in Verborgenes, denn wir schauen jetzt gleichsam in das Brustschild des Hohen Priesters hinein. Zu den zwölf toten Edelsteinen auf dem Brustschild des Hohen Priesters, ein Bild für die zwölf Stämme Israels unter dem Gesetz und ohne den Geist Gottes, gehören noch die zwei lebendigen Urim und Tumim. Lebendige Macht durch den Geist Gottes in der Wiedergeburt. Es fehlen also im Effort des Hohen Priesters noch diese zwei Geistbegabten. Aber wenn Jerusalem wiedergeboren wird, werden sie kommen. So wie Jakob noch zwei Adoptivsöhne, nämlich Ephraim und Manasseh, in Ägypten geboren wurden, so werden Gott am Ende der Zeit auch noch die beiden Zeugen in Jerusalem geboren, nämlich in der Stadt, die in Offenbarung 11 sinnigerweise als Ägypten bezeichnet wird. Auch das passt also. Und das ist erst der Anfang. Wir wollen hier die Sammlung von Bibelstellen mit Hinweisen auf die beiden Zeugen aus dem Alten und dem Neuen Testament zunächst beenden. Wer aber sind nun die beiden Zeugen? Bisher haben wir ja lediglich bildhafte Hinweise auf die beiden Zeugen vorliegen. Aber es geht uns ja um mehr. Wir wollen genauer wissen, wer die beiden Zeugen sind. Manche Ausleger sind der Meinung, dass die beiden Zeugen Mose und Elia seien. Jesus trifft die beiden auf dem Berg der Verklärung und wir können nicht abstreiten, dass beider Leben starke Ähnlichkeit mit den beiden Zeugen haben. Die Bibel zeigt uns aber noch etwas anderes. Und das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Kapitel 5.2.7 Wer genau sind die beiden Zeugen? Bei der Frage, wer genau die beiden Zeugen sind, hilft uns Zachariah 12 weiter. Denn dort wird beschrieben, dass über die Bürger zu Jerusalem und das Haus David am Ende der Tage der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen wird. In Vers 9 steht, Und zu der Zeit werde ich gedenken, zu vertilgen alle Heiden, die wieder Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. In Zachariah 13 Vers 1 steht, Zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Born haben, wieder die Sünde und Unreinigkeit. Was kann das andere sein, als eine sehr deutliche Beschreibung einer neutestamentlichen Wiedergeburt? Die Bürger zu Jerusalem und das Haus David sehen den Durchbohrten, Jesus Christus. Jesus Christus kann man aber nur dann sehen, wenn man wiedergeboren ist. Sie haben also den Geist Gottes und sie sind Christen. Sie weinen und kommen zum Glauben an ihn. Sie haben Reinigung von Sünde. Das ist nichts anderes als eine deutliche, wenn auch alttestamentliche Beschreibung der neutestamentlichen Wiedergeburt. Denn Gottes Geist wird über sie ausgegossen, sie sehen Jesus, den sie durchstochen haben, sie weinen, sie kehren um, sie haben einen offenen Born wieder die Sünde und Befleckung. Das alles sind klassische Anzeichen einer neutestamentlichen Wiedergeburt, wenn auch in alttestamentlicher Bildsprache. Nicht zuletzt an dieser Bibelstelle wird deutlich, dass neutestamentliche Lehr- und Glaubensinhalte stets auch im Alten Testament zu finden sind. Das hat beispielsweise auch Johannes in seinem ersten Johannesbrief geschrieben. Er schreibt in 1. Johannes 2, Vers 7 Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Auch Johannes verweist also in neutestamentlichen Lehraussagen auf das alte Testament, das aber mit Gottes Geist gelesen und verstanden werden muss. Das Haus David und die Bürger Jerusalems haben, so sagt der Text in Zacharja, einen freien, offenen Quell gegen Sünde und Befleckung. In der Bibel ist der einzige Quell, der gegen Sünde und Befleckung hilft, das Blut Jesu Christi. In seinem Blut also finden sie Reinigung gegen ihre Sünde und Befleckung. Oben haben wir Folgendes behauptet. Die Stadt Jerusalem wird am Ende der Tage wiedergeboren. Dann sehen wir, dass die beiden Zeugen Wiedergeborene sind. Außerdem sehen wir, Zacharja 12 und 13 die Wiedergeburt sehr deutlich beschreiben. Und damit nicht genug. Der Text sagt, dass diese Wiedergeburt über das Haus David und über die Bürger Jerusalems kommen wird. Und damit schließt sich der Kreis. So können wir unter Bezug auf Zacharja 12 und 13 feststellen, dass wenn der Tag gekommen ist, an dem die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus findet, dies dann die wiedergeborenen Bürger zu Jerusalem und das wiedergeborene Haus David sind, die auch die beiden Zeugen sind. Diese Art der Auslegung erscheint auf den ersten Blick äußerst ungewöhnlich. Auch ich habe bislang geglaubt, dass die beiden Zeugen zwei Personen sind und nicht zwei Volksgruppen oder zwei Stämme. In der allgemein üblichen Auslegung der beiden Zeugen werden regelmäßig Mose und Elia erwähnt, die Jesus auf dem Berg der Verklärung begegnen. Deshalb werden für die beiden Zeugen ganz allgemein zwei Einzelpersonen und nicht zwei Volksgruppen oder zwei Stämme unterstellt. Im Zusammenhang der 12 plus 2 Struktur wird hingegen Folgendes deutlich. Im Alten Testament gab es die zwölf Stämme Israels als Volksgruppen und im Neuen Testament gibt es zwei Zeugen ebenfalls als Volksgruppen und das ist dann auch der Grund, warum Urim und Tumim im Hebräischen Plural, also in der Mehrzahlform mit der Nachsilbe Im stehen Urim und Tumim. Kapitel 5.2.8 Noch einmal Sachaja Sachaja hat in dem Zusammenhang noch mehr zu bieten. In einem seiner Nachtgesichte sieht Sachaja zwei Ölbäume, in deren Mitte ein siebenarmiger Leuchter steht. Sachaja 4.1 Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer auf, auf der sieben Lampen sind, und sieben Schnauzen an jeder Lampe und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner rechten, der andere zu seiner linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, Nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Zacharja fragt den Engel, was das ist, was er sieht. Der Engel hingegen zeigt sich erstaunt darüber, dass Zacharja das nicht weiß. Weißt du nicht, was das ist? fragt er ihn. Als Zacharja verneint, antwortet der Engel ihm mit einem bekannten Bibelwort, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Was aber ist durch Gottes Geist geschehen? Durch Gottes Geist ist die neutestamentliche Gemeinde entstanden. Das, was Zacharja hier sieht, ist nichts weniger als die neutestamentliche Gemeinde Gottes. Sie besteht aus einem Ölbaum, einem Leuchter und wieder einem Ölbaum, denn die Gemeinde begann vor 2000 Jahren in Israel, Ölbaum, und von dort ging das Evangelium in die ganze Welt, Leuchter. Am Ende der Zeit kommt das Evangelium wieder zurück nach Israel, genauer nach Jerusalem, Ölbaum. Das wird nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch Gottes Geist geschehen. Der Leuchter ist nach Offenbarung 1, Vers 20 die neutestamentliche Gemeinde, bestehend aus den sieben Gemeinden aus den Völkern der Welt, während die zwei Ölbäume ein Bild für Israel sind, von wo das Evangelium stammte und wohin das Evangelium am Ende der Zeit wieder zurückkehrt. Aber das ist noch nicht alles, denn Zacharja fragt noch weiter. Und ich sprach weiter zu ihm, was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt. Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind. Ich aber sprach nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Zacharja sieht also noch mehr, denn er entdeckt zwei Zweige an den Ölbäumen bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt. Und er fragt den Engel, wer die beiden sind. Erneut ist der Engel erstaunt und fragt, weißt du nicht, was sie sind. Zacharja wusste es nicht, aber wir wissen es jetzt, es sind die beiden Zeugen, denn der Engel erklärt ihm, es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Und genau mit dieser Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Hier schließt sich erneut ein Kreis. Wir kommen gleich nochmals kurz darauf zurück. Gottes Wort führt uns nämlich noch weiter, denn wir haben auch Bilder für die zwei Zeugen, die nicht zu unserer 12 plus 2 Struktur gehören, aber dennoch Hinweise auf die beiden Zeugen sind. Und das schauen wir uns im nächsten Kapitel an. Kapitel 5.2.9 Jachin und Boas In 1. Könige 7 Vers 13 bis 22 steht Und der König Salomo sandte hin und ließ Hohlen Hiram von Tyrus, den Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali. Sein Vater aber war aus Tyrus gewesen. Der war ein Kupferschmied voller Weisheit, Verstand und Kunst in allerlei Kupferarbeit. König Salomo und machte ihm alle seine Werke. Er goss zwei Säulen aus Kupfer und er richtete die Säulen auf vor der Vorhalle des Tempels. Die er zur rechten Hand setzte nannte er Jachin und die er zur linken Hand setzte nannte er Boas und oben auf den Säulen war Lilien Schmuck so wurde vollendet das Werk der Säulen. Die zwei bronzenen Säulen am Tempel Gottes trugen Namen Jachin und Boas. Salomo baute also den Tempel Gottes aus vielen Steinen und setzte vor den Tempel zwei Säulen. Petrus schreibt im Neuen Testament, dass wir uns als heilige Steine zum Haus Gottes erbauen sollen und er meint damit die neutestamentliche Gemeinde in Anspielung auf den Tempel Salomos. Das bedeutet, dass auch der Tempel Salomos aber erstaunlicherweise besteht der Tempel die Gemeinde Jesu Christi zusätzlich noch aus zwei besonderen Säulen und das sind die zwei Zeugen aus Offenbarung 11 voller Kraft und Stärke Gottes. Kapitel 5.2.10 Zwei säugende Kühe Jetzt können wir wie angekündigt auch 1. Samuel 6 verstehen. Nachdem die Bundeslade von den Philistern geraubt wurde, war sie sieben Monate bei den Heiden. Aber die Philister wurden mit vielen Plagen geschlagen, sodass sie schlussendlich die Bundeslade wieder zurückbringen wollten. In 1. Samuel 6 Vers 1 steht, So war die Lade des Herrn sieben Monate im Land der Philister. Und die Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Sie sprachen, So lasst nun einen neuen Wagen machen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist. Spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Aber die Lade des Herrn nehmt und stellt sie auf den Wagen und die Dinge aus Gold, die ihr ihm zur Sühnegabe gebt, tut ihn ein Kästlein daneben. So sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie auf den Weg hinauf in ihr Land auf Bet Schemesh zu, so hat er uns dies große Übel angetan. Wenn nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist. So taten die Heim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradewegs auf Bet Schemesh zu, immer auf derselben Straße und brüllten immer fort und wischen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach, bis zum Gebiet von Bet Schemesh aber schnitten eben den Weizen im Grund und als sie ihre Augen aufhoben sahen sie die Lade und freuten sich sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Akko Joschuas von Bet Schemesh und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und Zeuge ist der große Stein auf den sie die Lade des Herrn gestellt hatten. Er liegt bis auf diesen Tag auf dem Akko Joschuas von Bet Schemesh. Die Philister nahmen also zwei säugende Kühe und trennten sie von ihren Kälbern. Sie spannten sie vor einen Wagen und setzten die Bundeslade auf den Wagen. Sie meinten, wenn die Kühe trotz ihrer daheim zurückgelassenen Kälber den Wagen nach Israel ziehen, dann sei das ganze Unglück von Gott bewirkt worden. Wenn nicht, dann sei es eben Zufall. Die Kühe ziehen dann nach ihren Kälbern brüllend den Wagen mit der Bundeslade nach Israel auf den Akko Joschuas von Bet Schemesh und werden dort von den Leuten von Bet Schemesh auf einem Felsen geopfert. Zwei säugende Kühe ziehen also die Lade Gottes auf einem Wagen von den Philister nach Israel wo sie auf einem Stein geopfert werden. Die beiden bringen das Heiligtum Gottes von den Nationen wieder nach Israel zurück und sind so ein alttestamentliches Bild auf die beiden Zeugen aus Offenbarung 11. Vergleichen wir die Geschichte aus 1. Samuel 6 mit dem was wir heilsgeschichtlich wissen. Israel allein war Gottes Volk des alten Bundes Als zu Pfingsten der Geist Gottes in Jerusalem ausgegossen wurde verwarfen die Juden das Heil in Christus und das Evangelium ging zu den Nationen so wie die Bundeslade zu den Philistern ging. Am Ende der Zeit aber wird das Evangelium wenn es viel Frucht unter den Völkern der Welt gebracht hat wieder zurück nach Israel kommen. Dies wird durch die beiden Zeugen geschehen die gleichsam den Geist Gottes wieder nach Israel genauer nach Jerusalem bringen werden. Der Geist Gottes der von Israel ausging und der 2000 Jahre in der heidnischen Welt unterwegs war wird am Ende der Zeit wieder zurück nach Jerusalem kommen nämlich dann wenn die Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus findet. In der Stadt werden dann so haben wir oben festgestellt die zwei wiedergeborenen Zeugen sein nämlich das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem diese beiden werden sinnbildlich durch die beiden säugenden Kühe dargestellt die auf einem Felsen nämlich auf dem Berg Zion geopfert werden denn so wie die Kühe auf einem Felsen geopfert werden nachdem sie Gottes Bundeslade wieder zurück in sein Land gebracht haben so werden auch die beiden Zeugen in Jerusalem auf dem Berg Zion geopfert werden nachdem sie Gottes Geist und Evangelium wieder in sein Land gebracht haben das ist eine sehr erstaunliche Entsprechung die wir tief im Alten Testament finden und die plötzlich eine Beziehung zu den zwei Zeugen aus Offenbarung 11 hat das ist ein sehr großes Geheimnis in Gottes Wort aber es gibt noch mehr zu finden wie zum Beispiel Eldat und Medat Kapitel 5 Punkt 2 Punkt 11 Eldat und Medat Während der Wüstenwanderung wurde Mose die Last des Volkes zu schwer und er seufzt deshalb im Gebet vor Gott Gott spricht zu Mose und sagt ihm dass er 70 Männer von den ältesten Israels versammeln soll denn Gott will von Moses Geist auf sie legen damit sie gemeinsam mit Mose die Last des Volkes tragen Mose gehorcht und als Gott den Geist Moses auf diese 70 Männer legt geraten sie in Verzückung und beginnen zu weissagen aber zwei der 70 Männer waren im Lager geblieben der eine hieß Eldat der andere Medat Eldat bedeutet Gott hat geliebt und Medat bedeutet Geliebter oder Liebling der Geist Gottes kam auch über sie obwohl sie nicht hinaus zu der Stiftshütte gegangen waren diese beiden Männer gerieten in Verzückung im Lager da lief ein junger Mann zu Mose und sagte Eldat und Medat Weissagen im Lager Joshua 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 der Diener Moses wollte nun dass Mose ihnen das untersagt aber Mose antwortet etwas sehr Erstaunliches er sagt eiferst du um meinet willen wollte Gott dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe 4. Mose 11 Vers 29 Offensichtlich ist Mose gar nicht so erbost darüber dass diese beiden seiner Aufforderung nicht gefolgt sind im Gegenteil wünscht er sich viel mehr dass das ganze Volk den Geist Gottes hätte Hier haben wir also 68 Älteste die außerhalb des Lagers Weissagen und zwei nämlich Eldat und Medat die im Lager Weissagen Die neutestamentliche Gemeinde ist nach Hebräer 13 Vers 13 mit ihrem Herrn außerhalb des Lagers Wer aber Weissagt im Lager Das sind die beiden Zeugen das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem die im Lager Weissagen und zwar am Ende der Gemeindezeit kurz bevor Jesus Christus wiederkommt Das ist auch der Grund warum Mose sagt er wünsche sich dass das ganze Volk des Herrn den Geist Gottes habe denn wenn Eldat und Medat das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem am Ende der Zeit im Lager also in Jerusalem Weissagen dann wird Offenbarung 11 erfüllt sein und dann wird Christus bald wiederkommen Mose 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 redet hier also als Prophet und freut sich auf diese Zeit Ob Mose seinerzeit alles verstanden hat was damals geschah und was er geredet hat können wir heute nicht beurteilen aber wir sehen dass Gottes Wort hier sehr sehr genau ist das alles kann kein Mensch geschrieben haben denn diese Worte sind so alt und liegen zeitlich so sehr weit vor ihrer Erfüllung dass sich kein Mensch so etwas ausgedacht oder aus eigenem Antrieb geschrieben haben kann hier sehen wir ein weiteres großes Wunder im Wort Gottes und wir werden bekräftigt darin allem zu glauben was geschrieben steht das ist der Grund warum ich der Überzeugung bin dass Gottes Wort von seinem Geist inspiriert und somit unumstößliche Wahrheit ist zurück zu eldert und medert 68 waren aus dem Lager gegangen erhielten durch Gott den Geist Moses und weissagten sie sind ein Bild auf die heiden gemeinden die über jahrhunderte außerhalb jerusalems in der ganzen welt unterwegs waren und Gottes Wort weitergegeben haben eldert und medert hingegen weissagen im Lager wie wunderbar passt alles zusammen die beiden Zeugen predigen im Lager und Mose lässt sie gewähren Kapitel 5.2.12 die 12 plus 2 Ordnung Gott ist mit seinem Volk Israel noch nicht am Ende zu zu den 12 Stämmen kommen noch zwei hinzu nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem so gehören die zwei Zeugen einerseits zu der Vollzahl der 12 Stämme Israels 12 plus 2 und andererseits zur Vollzahl der Gemeinde 68 plus 2 da sie ja durch den Geist Gottes wiedergeboren sind sie bilden also eine Art Schnittmenge aus den beiden Heilshaushaltungen Israels und der neutestamentlichen Gemeinde deshalb schreibt Johannes in Offenbarung 11 dass die beiden Zeugen sowohl die beiden Ölbäume als auch die beiden Leuchter sind denn sie gehören einerseits zu Israel und andererseits zur Gemeinde Jesu Deine Untertitelung des ZDF, 2020